so ich möchte eine falsche case öffnen jetzt bock drauf gibt es derzeit finde ich auch die coolsten skins drin die knives finde ich jetzt nicht ganz so cool aber würde ich natürlich nicht von der bettkante schmeißen die daimio hätte ich auch nicht von der bettkante geschmissen die ganzen beinahe schon noch die koma 2 auf wenn wir da ein bisschen mehr glück kroma ist halt wegen nice immer definitiv im coolsten natürlich die hyper beast wäre auch mega mega krass werde ich hier schon einmal rausgezogen gibt's nicht alter ja fuck nein scheiße geile scheiße mann hammer wieder aber es ist mein glück mann ein scheiß verficktes rust code kampfspuren wollte mich verarschen wollte mich verarschen war 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 gut like a fun ah fucking night ah shit you